Im heutigen Video ziehen wir erneut in unsere Heimat Hirschfelden. Ausgerüstet mit neuen Waffen und neuen Koller gehen wir dabei wieder mal ausschließlich auf Ansitzjagd und schauen, was die Karte heute zu bieten hat. Ich träum schon lange davon, einmal einen Diamant aus dem Ansitz zu erlegen. Um uns darauf vorzubereiten, werden wir uns heute eine eigene kleine Challenge auferlegen. Jedes kolbare Tier wollen wir uns erstmal aus dem Ansitz in der Goldwertung holen und uns so langsam an den Diamanten rantasten. Doch wieder mal endete der Jagdausflug ganz anders als erwartet. Oh mein Gott. Hey Jagdfreunde, willkommen zu einer neuen Folge Ansitzjagd auf für Schfelden. Ich hoffe, wir können irgendwann den Traum von dir aus dem Ansitz erfüllen. Wer weiß, vielleicht kommt er heute. Ich bin super gespannt, hab mega Bock drauf und mach mich gleich mal auf den Weg zum ersten Stopp und wir schauen uns an, wo wir heute starten. Wir starten unseren Ausflug dort, wo alles begann. Vom Außenposten Ratenfeld begeben wir uns Richtung Westen. Der erste Unterstand ist nicht weit entfernt und uns wird hier nicht nur eine unfassbar schöne Sicht, sondern auch das erste richtig große Tier überraschen. Vom Unterstand aus haben wir eine super Übersicht über die Wiese, die am Rande des Waldes liegt und schon bei Ankunft konnte man die ersten Tiere entdecken. Optimale Voraussetzungen also, um in unsere Ansitzjagd zu starten. Ich hab Caller und Jägerstand aufgebaut und war gespannt, was da alles aus dem Wald kommen wird. Caller ist aufgestellt. Wir haben da vorne schon die ersten Dammhirsche gesehen. Ich werde ihn jetzt einfach direkt starten. Hoffen, dass er die anlockt. Vielleicht ist da hinten in dem Wald auch noch irgendwas. Und alleine für den Ausblick und das Feeling hat sich der Weg hierhin schon gelohnt, ey. Ich liebe das einfach. Jetzt brauchen wir nur noch die ersten Tiere. Oh ja, da ist direkt Bewegung drinnen. Also die kommen. Während die hier anlaufen, zeige ich euch gleich mal, was ich heute als Equipment mitgenommen habe. Ich habe mich heute dazu entschieden, wieder die neue Waffe natürlich mitzunehmen. Wenn irgendwas richtig Großes auf die Entfernung kommt, werden wir es mit der versuchen. Als zweite Waffe, einfach weil es für die Ansitzjagd, finde ich, immer ganz sinnvoll ist oder praktisch ist, nicht ganz so laut zu sein, ist die Vascasse dabei. Mit der kann man auch Fischfelden sehr gut jagen und macht einfach nicht ganz so viel Lärm. Und dann noch den neuen Bogen, falls was ganz nah hinkommt. Deswegen habe ich den Call jetzt auch nicht ganz so weit weggestellt. Wäre super, wenn mit dem heute auch was geht. Ich bin gespannt. Aber die ersten Damenhirsche haben wir schon mal. Also die Gruppe hat es sich jetzt hier gemütlich gemacht. Da kommt jetzt noch ein Reh. Was mich auch mal interessieren würde, ist, ob der... Alter, nicht euer Ernst. Holy shit, was zur... Bis 263? Oh mein Gott, es ist ein Fünfer, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass der trollt. Ich habe schon wirklich lange keinen Fünfer mehr gesehen. Er kommt hier einfach aus dem Wald raus. Ich wollte gerade sagen, es sind jetzt auch Rehe gekommen. Da kommt ein Fünfer aus dem Wald. Wir warten mal, wo der sich positioniert. Ey, ich fasse es nicht. Dia geht halt bei 249 oder so los. Und so im Profil habe ich Bedenken, dass das reicht. Wir packen die Vascasse jetzt aus. Ich check noch einmal, ob da irgendwas anderes ist, aber... Ich denke nicht. Junge, das wäre wirklich der Hammer. Ziemlich genau 100 Meter. Sollte eigentlich gepasst haben. Geht langsam runter. Alter Schwede. Erste Tier, Fünfer Dammhirsch. Der Fünfer liegt. Leute, wir packen unseren Caller ein und holen uns den ab. Und ich weiß nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass beim ersten Spot direkt ein Fünfer aus dem Wald rausgecallt wird. Aber der neue elektrische Caller? Super Ding. Sind wir hat ihn gefunden. Wir kommen immer näher. Und ich tue mir immer schwerer zu sagen, ob der Dia macht oder nicht. Ich würde sagen, auf den ersten Blick... Ich weiß es nicht, Alter. Ich weiß es wirklich nicht. Ich wollte jetzt gerade sagen, er ist zu klein, aber... Klein ist er auch wirklich nicht. Hilft nichts. Wir müssen ihn einfach aufheben. Erster Abschuss heute aus dem Ansitz. Er ist zu klein. 240,16. Okay, da hat tatsächlich noch ein bisschen was gefehlt. Ist aber ein super Anfang. Ich ärgere mich da jetzt nicht drüber. Und ist auf jeden Fall die stärkste Trophäe bisher aus dem Ansitz. Schuss hat gepasst. 100 Meter. Riesengold Dammhirsch. Genau so kann es weitergehen. Viel besser hätte der Einstieg in unseren heutigen Ausflug nicht sein können. Und das erste Goldtier hatten wir abgehakt. Im Startgebiet von Hirschfelden gibt es jede Menge Möglichkeiten für die Ansitzjagd. Und so sind wir direkt weiter zum nächsten gewandert. Nächstes Ziel haben wir erreicht. Das ist jetzt ein richtig schöner Jägerstand. Wobei... Ja doch, die Sicht ist eigentlich auch ziemlich gut. Eben war es wirklich super schön. Ich habe den Caller auch schon da unten platziert. Ich hoffe, dass das ausreicht, um hier in den Wald rein zu callen. Wir stellen jetzt einfach mal auf Wildschwein. Dammhirsch hat man gerade. Vielleicht kommt da was raus. Wäre sehr schön. Oh, wir haben auf jeden Fall Bewegung. Und das nächste Vierer. Alter Schwede. Hirschfelden ist heute scheinbar richtig gut drauf. Aber da müssten normalerweise auch noch mehr dabei sein. Das Wildschwein ist gefallen und dank der geringen Lautstärke der Vasquez sind die Füchse im Dickicht nicht abgehauen. Und ich habe auch die beiden mit dem neuen Caller rausgelockt. Okay. Der Caller ist heftig. Also die Füchse sind rausgekommen. Ich musste den Caller jetzt ausmachen. Das ist zu heftig. Aber der Wind ist wirklich nicht optimal. Mal schauen, ob wir den gerade noch bekommen. 100 Meter. Sollte hoffentlich reichen. Habe ihn jetzt schlecht gesehen. Und habe ihn scheinbar auch nicht ganz gut getroffen. Wir heben mal den Fuchs und das Schwein auf. Und positionieren den Caller vielleicht nochmal in die andere Richtung. Da ist die Sicht auch nicht so schlecht. Und da ist der Wind dann deutlich besser. Den Fuchs haben wir schon mal gefunden. Ist jetzt auch nicht so weit gekommen. Aber ja, Schuss war nicht gut. Wäre gerade so Gold gewesen. In Orange. Und fast direkt daneben unser Vierer Wildschwein. Das sollte eigentlich ganz gut gepasst haben. 109 Schuss. Ja. War noch in Ordnung. Hellbraun. Caller habe ich wieder aufgestellt. Diesmal ist der Wind deutlich besser. Ich würde jetzt einfach mal nach einem Reh callen. Vielleicht sind die da hinten in den Feldern. Und fressen gerade. Und vielleicht bekommen wir da das ein oder andere. Reh ist ja so ein kleiner Schmerzpunkt bei mir. Ich hoffe, da kommt gleich was. Nach einer kurzen Wartezeit ist tatsächlich das erste Reh aufgetaucht. Allerdings war das nur ein Weibchen. Und daher nicht wirklich interessant. Das spektakulärste war der Vierer Dammherrsch, der hier im Hintergrund geruht hat. Doch auch der ist bald weitergezogen. Ich habe noch etwas gewartet, aber mich dann ihm angeschlossen. Und bin losgezogen zum nächsten Zielpunkt. Der war nicht weit entfernt. Und auch hier wollte ich mein Glück nochmal mit den Rehen versuchen. Vom Jägerstand aus hatte ich eine super Übersicht in jede Richtung. Und es hat nicht lang gedauert. Und der erste Rehbock kam. Ah, da ist jetzt mal ein Bock. Ist kein Riese, aber zumindest mal ein Zweier-Reh. Mal schauen, wie nah er herankommt. Jetzt bewegt er sich, sobald er stehen bleibt. Ich weiß nicht, wo er hin will, aber er hat mir jetzt keine Chance gegeben, dann einen ansatzweise sicheren Schuss zu machen. Der Rehbock ist wieder aufgetaucht. Ich glaube zumindest, dass es der gleiche ist. Und jetzt kommt er immer näher und steht eigentlich richtig gut. Sollte gepasst haben, jawohl. Ist schon auf 50 unten. Ich wollte gerade sagen, da habe ich noch was gehört. Und da kommt nochmal eins. Ja, vielleicht warten wir mal noch einen kurzen Moment. Es ist anschließend nichts mehr aufgetaucht. Also habe ich direkt meine Sachen gepackt und bin weitergezogen. Beim Reh hat es zwar nicht für Gold gereicht und der verschossene Fuchs hat etwas wehgetan, aber ich war mit meiner Ausbeute trotzdem zufrieden. Neben dem Dammhirsch hatten wir jetzt auch ein goldenes Wildschwein. Und wir hatten ja noch genügend Chancen für Goldtiere. Ich habe den Caller jetzt mal möglichst nah zum See gestellt. Vielleicht kriegt man da noch ein paar Rothirsche gecallt. Da waren ziemlich viele Spuren hier am Boden. Rothirsche hatten wir heute noch gar nicht. Wird höchste Zeit. Oh, es hat gar nicht lang gedauert. Da kommt direkt der Schrei. Wäre jetzt aber interessant, ob das bis dahinter reicht. Wir warten mal. Real Life zwei Minuten später und die ersten Rothirsche kommen hier an. Sind jetzt noch zwei Weibchen. Aber bei denen ist ja eigentlich immer irgendwo noch ein Männchen dabei. Ey, ich bin echt gespannt jetzt. Was das für ein Feeling sein muss, wenn da auf einmal so richtig krasse Geweihstangen rausschauen. Ich habe sie jetzt mal übers Feld ziehen lassen, weil ich dachte, vielleicht kommt noch ein zweites Männchen hinterher. Sieht aber nicht so aus. Trotzdem. Rothirsch ist Rothirsch. Sollte eigentlich relativ down gehen. Jawohl. 50, 25. Noch kein Riese, aber wir haben Luft nach oben. Rothirsche sind keine mehr aufgetaucht. Ich denke, die habe ich alle verscheucht. Aber Rehe tauchen jetzt hier gerade auf. Und das nicht zu knapp. Geht hoch bis 77. Gerade habe ich es noch gesagt. Sah jetzt nicht so groß aus. Wahrscheinlich nochmal ein Sechser oder so. Das ist die Frage. Was haben wir hier alles? 59, das ist ein eher kleinerer Bock. Aber der ist schon in Ordnung. Rothirsch steht direkt im Wind hinter mir. Ist sowieso weg. Tja, da würde ich sagen. Noch ein Weibchen. Der ist auf jeden Fall in Ordnung. Liegt mit der Waffe kein Problem. Und wir haben nochmal zwei schöne Tiere aus dem Ansitz. Wir holen sie ab. Ziehen weiter. Ich hoffe, da kommen noch ein paar größere. Oh, es kam jetzt gerade noch Warnruf von einem Dammhirsch. Ich weiß nicht. Vielleicht bleiben wir auch noch einen Moment hier. Und versuchen die mal ranzukollen. Da ist jetzt auch gerade die Trinkzeit bei denen um. Könnte sein, da kommen welche vom See hochgelaufen. Das zieht jetzt hier ein bisschen zu. Aber man sollte trotzdem noch genug sehen können. Sofort der erste hier. Scheint auf jeden Fall zu klappen. Wäre jetzt natürlich schon irgendwie cool, neben dem Rothirsch und dem Reh noch den dritten Geweihdreger hier auf Fischfelden daneben zu legen. Also hier ist immer noch jede Menge Bewegung hinten im Dickicht. Da ist noch ein schöner 4. Geht hoch bis 200. 3er bis 208 ist die Frage. Aber ich glaube, der ist schon noch größer. Er kommt jetzt so nah. 40 Meter. Ich bin mit dem Bogen wirklich alles andere als warm. Aber man muss ja üben. Na komm. Oh ja, der hat gepasst. Ich denke, die anderen müssten auch noch ziemlich ruhig sein. Jawohl. Da ist der 4er. Alle noch ruhig. Noch ein Stückchen vor. Ziemlich gleichzeitig haben sie jetzt alle in Bewegung gesetzt. Ich denke, die ziehen weiter. Aber den nehmen wir noch mit. Damit haben wir Dammhirsch, Rothirsch und Reh. Ey, klappt heute richtig gut die Ansitzjagd. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr es selber mit dem neuen Caller schon ausprobiert habt. Oh ja, Doppelunge. War in Ordnung auf jeden Fall. Und ob das bei euch auch so viel besser funktioniert, würde mich mal interessieren. Aber bis jetzt sind die Tiere immer echt schnell gekommen. Da ist unser Reh. Ja, auf jeden Fall das Größte bis jetzt. 66,44 in Gold. Schau mal, nicht so schlecht. Der dürfte nur Silber sein. 164. Auch der Schuss war in Ordnung. Und der 4er Dammhirsch lag ebenfalls im Knall. Doppelunge. Ich muss sagen, die Waffe ist für Hirschfelden wirklich stark. Wie sind, braucht man natürlich noch ein bisschen was Stärkeres. Aber für heute fühle ich mich mit der ganz wohl. Zugegeben, das Reh war nicht besonders groß. Aber es hat für Gold gereicht. Und so konnten wir auch das dritte Tier abhaken. Es war jetzt höchste Zeit, in den Nordenhirschfelden zu schauen. Und uns auf die Suche nach Rothirschen zu begeben. Ich bin gerade noch auf dem Weg zum nächsten Jägerstand. Aber da sind gerade Gänse gelandet. Und das eine dabei ist zwar nur eine 4er. Geht aber von 7 bis 9. Scoring ist auch nicht so übel. Die können wir da nicht so stehen lassen. Ich bin jetzt auf so einer leicht erhöhten Position. Ich denke, von hier wird man das mal versuchen. Besser wird's nicht. Ach du Sch... Ich hab nur den Bogen dabei. Leute, ich hab noch nie Gänse mit dem Bogen gejagt. Let's go. Ich bin noch 50 Meter ran. Ich hab keine Ahnung, wann die anfangen zu spooken. Ich würde auf jeden Fall gern noch einmal die 4er Guns spotten, dass ich genau weiß, welche es ist. Bevor ich dann aufspringe. Ich bin schon wachsam. Wisst ihr was? Das ist jetzt Schicksal. So, ich musste sie einfach runterholen. Ich wollte die nicht fliegen lassen. Wenn die jetzt die ja gemacht hätte, war das ein Opfer für den Great One, den wir irgendwann vom Ansitz holen werden. Ich hoffe echt, dass ich das jetzt nicht gleich bereue. Aber ich konnte nicht zuschauen, wie die jetzt wegfliegt. Ja, schon einfach mal rein. Ist nur Silber. 8,36. Holy moly. Ein bisschen knapp war es, aber 4er Guns am Boden. Kein Problem. Wir ziehen weiter. Ich bin kurz vor dem Jägerstand angekommen, hatte aber gerade einen Warnruf von dem Wiesent. Die stehen eigentlich nicht auf unserer Liste, aber ich würde trotzdem sagen, wir schauen nochmal kurz hin. Oh ja, da unten bewegt sich was. Ein Dreier. Der mir auch noch welche. Oh, die trinken gerade. 11.50 Uhr. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Gefahr ist jetzt natürlich immer, die Tiere hier aufzuschrecken, aber wir sind 250 Meter entfernt. Das müsste eigentlich passen. Mich hat es sowieso mal interessiert, wie die neue Waffe sich gegen einen Wiesent schlägt. Wir nehmen mal den hier. War nicht allzu weit weg. Geht auch nicht allzu schnell runter. 25. Sollte eigentlich gleich auf 0 gehen. Ja, fällt auf jeden Fall. Wir schauen mal, wie weit die reinging. War Doppelunge, hat aber dafür relativ lange gebraucht. Trotzdem von der Power absolut ausreichend. 119 Meter. Dunkelbraun. Jetzt aber ab zum Jägerstand. Der Nordwestenhirsch Feldens ist ein schöner Kontrast zu den goldenen Feldern im Osten. Das Jagen hier ist zwar eher anspruchsvoll, aber macht trotzdem Spaß. Und wenn ich hier bin, muss ich immer an die eigenen Wälder vor der Haustüre denken. Hier im Wald muss sich doch irgendwo ein großer Rothirsch verstecken. Die nächsten zwei Stunden waren dann aber eher so mittel. Außer einem kleinen Fünferrothirsch ist nichts aufgetaucht, also bin ich direkt weiter zum nächsten Spot. Im Westenhirsch Feldens habe ich einen meiner neuen Lieblingsspots gefunden. Vom dortigen Unterstand hat man eine extrem schöne Übersicht. Es hat nicht lang gedauert und der erste Rothirsch ist aufgetaucht. Der war zwar kein Riese, aber es kam noch etwas größer. Da hinten war gerade irgendwo ein Brunftschrei. Ich musste auch unterbrechen und kann jetzt erst wieder weitermachen. Oh, da ist doch einer. Siebner in der maximalen Gewichtsklasse. Der hat auf jeden Fall gutes Goldpotenzial. Nice. Ich würde auch sagen, wir machen hier keine Faxen. Steht auf knapp 100 Metern. Ah, ein bisschen komisches Geweih. Aber den haben wir sicher. Sollte das nächste Goldtier sein. Und dann fehlt jetzt eigentlich nur noch der Fuchs. Wobei ich sagen muss, ich hätte Bock noch was Größeres heute zu holen. Gerade der Dammhirsch hat er vorhin schon wirklich hart am Diamanten gekratzt. Ich bin mir relativ sicher, dass der hier Gold macht. 193. Ja, so sicher war es nicht. Aber damit haben wir den Rothirsch auch noch mit Goldwertung abgehakt. Zwei unterschiedliche Geweihtypen auf einem Kopf. Ich würde für die Füchse am liebsten auch noch hier bleiben. Aber jetzt habe ich natürlich geschossen. Deswegen packen wir das Ding noch einmal ein. Und ich hoffe, wir finden vielleicht noch ein bisschen was Größeres. Mit dem Rothirsch hatten wir nun fast alle goldenen Erinnerungen aus Hirschfelden zusammen gesammelt. Und ich war mehr als zufrieden. Aber der Tag war noch nicht zu Ende. Und ich wollte mein Glück noch etwas auf die Probe stellen. Ja, auch hier hat man jetzt wieder nicht so eine optimale Übersicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht für Füchse genau richtig ist. Die sind oft hier im Wald unterwegs. Ich würde sagen, wir probieren das einfach mal. Caller steht. Jägerstand auch. Und jetzt kommt wieder der Todes-Caller. Wir sehen uns gleich wieder. Freunde, es ist so abgefahren. Schaut euch dieses Bild an. Ich habe gerade kurz auf Rothirsch umgestellt, weil da hinten welche geschrien haben. Die Sonne bricht hier durch die Wolken und die Bäume durch. V-Sents ziehen an mir vorbei. So was hat man wirklich nur bei der Ansitzjagd. Das ist einfach von der Stimmung gigantisch. Und ich bin froh, dass ich auf dem Jägerstand bin. Wir warten jetzt aber mal noch, ob die Rothirscher da hinten rauskommen. Ah, da kommt ein Weibchen schon mal. Ja, nochmal ein Sechser. Aber auch dieses Bild hier. Es ist wirklich super schön gerade. Oh shit. Tja. Warte, warte, warte. Da ist irgendwas noch gekommen. Mythischer. Immerhin. Geht bis 257. Ist auf wachsam. Komm, dreh dich nochmal. Es kommt noch ein Fünfer hinterher. Junge, der hat ein superschönes Geweih. Jawohl, der hat gepasst. Der wird nicht Diam machen. Aber über den freue ich mich extrem. Das ist ein super cooler, mythischer Rothirsch. Aus dem Ansitz. Hier ist unser Wiesent. Ich hoffe, es greift mich keins mehr an. Oh, ein bisschen zu weit oben. Wäre Gold gewesen. Und wäre sogar relativ knapp an Diamant gewesen. Ich glaube, ich muss auch mal einberechnen, dass ich von oben vom Jägerstand ausschieße. Wenn ich auf Tiere mit dem Bogen gehe. Anschluss hat gepasst. Ja, der ist ziemlich schnell gefallen. Da hat er sich verfangen. Ich liebe dieses Rack von den Rothirschern, von den Achtern. Mir gefällt das mit am besten. Schaut es euch an. 227. War klar, dass der kein Dia machen wird. Aber einfach vom optischen bisher schönste Trophäe aus dem Ansitz. Freue ich mich wirklich extrem drüber. Und ich glaube auch, wenn es teuer ist, ich stopfe den mal aus. Einfach zur Erinnerung. Richtig, richtig cool. Der Tag neigte sich zu Ende, aber ich wollte die letzten Sonnenstrahlen noch ausnutzen. Ich bin zurück an unseren ersten Spot gekehrt, weil mir der besonders gut gefallen hat. Und weil ich gespannt war, ob wir vielleicht ein Auge auf den Respawn vom Dammhisch werfen können. Zum letzten Mal an diesem Tag habe ich meinen Koller aufgestellt und es mir im Unterstand gemütlich gemacht. Und wieder einmal gewartet und gehofft, dass was Großes kommt. Jetzt ist gerade noch ein bisschen Bewegung reingekommen. Da kommt gerade eine ganze Herde. Ich habe aber jetzt nur Weibchen entdeckt. Bin ich gespannt. Da kommt ein Männchen. Ist jetzt nicht wirklich groß. Aber wir warten mal noch. Wind geht leider auch genau in die Richtung. Auf die Entfernung könnte es gerade noch so gehen. Ja, ist auch noch ruhig. Also ich glaube, das war es tatsächlich. Von der anderen Seite ist jetzt auch nichts mehr gekommen. Oh mein Gott. Das gibt es nicht. Ich habe noch nie in meinem Leben selber einen gescheckten Dammhisch gesehen. Und ich habe mir gesagt, ich würde mich so freuen, irgendwann mal einen zu haben. Alter, meine Stimme geht weg. Ist kein Riese. Aber ist ein gescheckter Dammhisch. Junge. Da bewegt es sich jetzt. Gut 150 Meter. Komm. Wir stellen es nicht auf die Probe. Gescheckter Dammhisch. Ich fasse es nicht. Alter. Leute. Wir gehen da hin und schauen uns gleich nochmal genauer an. Junge. Was ein schöner Hisch. Was ein schöner Hisch. Ich würde ihn mir gerne jetzt noch eine Stunde anschauen. Aber ich habe Angst, dass irgendwelche blöden Sachen passieren. Und das Game crasht. Wir stopfen ihn sofort aus. Schuss hat gepasst mit der Doppellunge. Für Gold hat es nicht gereicht. Aber das ist mir gerade auch echt egal. Mit Abstand. Die beste Ansitzjagd bisher. Und der bekommt einen richtigen Ehrenplatz in der Lodge. Ganz ehrlich. Mehr kann ich nicht erwarten. Freunde. Das war es für jetzt auch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, was euer Tier ist, das ihr schon ewig sucht und noch nicht bekommen habt. Ich wünsche euch ganz viel Glück und Erfolg bei eurer Jagd. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020